Um eine handschriftliche Mitteilung in Camtasia erstellen zu können, benötigen wir ein Gerät mit einer Stifteingabe. Das kann ein Tablet sein wie ein iPad oder aber auch ein Surface, was auch immer, irgendein Gerät, wo wir mit einem Stift auf dem Bildschirm schreiben können. Ich habe hier als Beispiel auf meinem iPad einfach, ich zeige das mal, das hier geschrieben, das Wort Welcome und habe dabei den Bildschirm aufgezeichnet mit den Bordmitteln vom iPad und habe das Ganze jetzt in Camtasia importiert. Und man sieht vielleicht schon, was ich machen möchte. Es ist nämlich ganz einfach, ich ziehe dieses Video auf die Timeline und wähle dann den visuellen Effekt Farbe entfernen. Ziehe ich per Drag & Drop auf mein Video, wähle die Farbe mit der Pipette, die ich entfernen möchte, klicke einmal auf die Farbe und wenn ich das Ganze jetzt abspiele, ist der grüne Hintergrund weg und man sieht nur noch die Schrift. Und ich kann jetzt einfach aus der Bibliothek zum Beispiel aus meinen Downloads irgendein Video nehmen und in den Hintergrund packen und man sieht, das Wort wird dann ganz einfach eben auf dem Video dargestellt. Das ist eine schöne Abwechslung, einfach mal was Handgeschriebenes und Persönliches in ein Video zu integrieren. .